Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Let's Plays zu Hakuna Matata, aka Afrika. Wir haben aufgehört, kurz bevor wir ins Bett gehen sollten und das werden wir jetzt auch einfach mal machen. Ja, bis zum nächsten Morgen. Super. Und dann hoffe ich, geht auch direkt die nächste Safari los. So, liebe Anna. Na gut, dann bin ich ja mal gespannt. Vielleicht haben wir jetzt auch mal vernünftige Aufträge. Mhm, okay. Das Überlebenshandbuch auf dem Bücherregal, okay. Na, mal gucken. Vielleicht gucke ich da hin und wieder mal wirklich rein. So, jetzt zum Beispiel. National Geographic. Aha, Firelog, Kameramanual and Magazines. Ah, super. Wenn wir halt Fotos irgendwie mal veröffentlicht haben, können wir uns die dann angucken. Das machen wir jetzt erstmal nicht. So, gucken wir erstmal nach E-Mails. Ob wir irgendwas Neues haben. Ja, da blinkt es doch schon. Super. Uh, wow. Das sind einige. Okay, was haben wir denn hier? Those Myriad Stripes. Ah, Moment, da haben wir doch schon ein schönes. Okay. Alles klar. Also, die wollen die Streifen ein bisschen untersuchen und wir brauchen einen Gesichtsshot vom Gesicht her. Hm, ich habe eins, das sieht eigentlich ganz gut aus. Der guckt auf jeden Fall super zentral in die Kamera, aber ein bisschen weit weg. Aber ich weiß, ich glaube, ich werde das direkt mal schicken. Ähm, so, wo haben wir es denn? Hier, ne? Ja, das ist doch super. Und ich habe im Moment leider ja wirklich nur die CC-Kamera. Deshalb werde ich das jetzt einfach mal schicken. Auch auf die Gefahren, dass das nicht so toll... Ah, marvellous, marvellous. Das ist doch super. Top. Ja, sieht so aus, als hätten wir es nicht besser machen können. Ähm, insofern haben wir das erste auch schon mal abgegeben. So, was haben wir denn noch für einen Auftrag? Ah, die Masai-Giraffe. Mhm. Wir sollen eine... Okay, für einen... Wasserflaschenhersteller. Ähm, also eine trinkende Giraffe. Okay, das kriegen wir hin, oder? Und was haben wir noch? Und eine Herde von Thompson-Gazellen. Okay. Mhm. Ja, die Thompson-Gazelle haben wir schon mal gesehen. Okay, ja. And live and hurts. Of several dozen head or more. Okay, also mehr als zwölf. Mehrere. Dutzend, also okay. Eine Herde fotografieren. Hm, das schaffen wir auch. Bestimmt. So, das ist noch mal das, äh, was wir sowieso immer neue Tierarten einfach dem Hauptquartier schicken. Okay. Super gut. Ähm, muss ich eigentlich jetzt irgendeine noch annehmen? Nee, ich glaube... Ah, doch, genau. Accept this mission. Das müssen wir noch machen. Okay, mission accepted. Und das hier? Okay. Gucken wir die jetzt. Ah, alles klar. Ah, ja, ich glaube, ich mache jetzt erstmal das mit der Giraffe. Ähm, steht halt ganz oben. Ist auch am höchst dotiertesten mit 20.000. Und insofern. Das machen wir. Wir haben ja auch schon ein bisschen Geld, ne? Okay, ja, wenn die Giraffen Wasser trinken, dann spreizen die ihre Frontbeine. Äh, ihre Vorderbeine. Und trinken im Stehen. Mhm. Okay, also wir müssen ein bisschen uns außerhalb ihres Sichtfelds aufhalten und dann warten, bis die durstig wirken. Ja, okay, na, guter Tipp, guter Tipp. Ich gucke noch mal ganz kurz im Shop. Vielleicht können wir uns ja schon was leisten von unserem ersten Gehalt. Nein. Schade. Okay. Brauchen wir beides noch nicht. Okay, also. Raus. Ab zum James. Hallo, lieber James. Ah, Jumbo. This time we are photographing a giraffe drinking water, right? Yes. Ja, wir versuchen es jedenfalls. Okay, jetzt wieder zu Awali Oasis. Und vor eine Gelegenheit warten. Äh, für. Okay, schon wieder hinten rauf. Ah, ist ja schon ganz angenehm, oder? Dass man nicht selber fahren muss. Jedenfalls fürs Erste. Ah, okay. Mit L2 können wir ihm das sagen, dass er anhalten soll. Und wir sollen nicht aussteigen, bevor er nicht komplett steht. Okay, hatten wir auch nicht vor. Gut. Okay, und im Kreis können wir mit dem Regen. Sehr schön. Ach, traumhaften Sonnenaufgang. Also, das war ja ganz schön früh unterwegs hier. Aber wie sagt man doch so schön? Only the early bird catches the worm. Wow. Hippos. Oh Mann, ich bin ja eigentlich auf einer Mission, aber... Ja, die muss ich fotografieren. Okay, raus, ne? Oh, der grunzt schon. Ah, ist bestimmt so ein dicker Bulle. Müssen wir hier erstmal zum Gestrüpp vorwagen. Und jetzt ganz langsam. Langsam, habe ich gesagt. Genau. Oh, oh, okay, okay. Ich hau ab. Ist ja gut. Mann, Mann, Mann. Ist nicht gut, auf mich zu sprechen anscheinend. Ach so. Ah, du kleiner dicker Bulle da vorne. So, ich geh noch ein bisschen näher ran. Also, ich riskiere es einfach. Oh, oh. Haha, sehr schön. Bitte lächeln. Einmal noch frontal. Ja, genau. So, ist gut. Ja, schön mit den Ohren wackeln. Super. So, was machen die anderen? Sehr desinteressiert. Sehen sie aus. Aber ich höre doch noch Vögel hier irgendwo, oder? Habt ihr das auch gehört? So ein Krächzen. Genau, da war es doch schon wieder. Was ist es? Was ist das denn da? Ich fotografiere es einfach mal. Sieht auch wieder aus wie so ein Geier. Den wir vielleicht schon mal haben. Hm. Huh. Steht die Sonne aber ganz schön tief. Wirklich. Aber wie gesagt, das ist ja eigentlich ganz gut. Dann haben wir ein bisschen Zeit. So, soll ich ihn noch ein bisschen wütend machen? Na, komm. Du willst es doch auch. Huh. Okay. 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 Schön wütend. Alles klar, ich bin weg. Ich bin weg. Entschuldige, Entschuldige, Entschuldige. Ah, so. Okay, James. Mir reicht das hier. Äh, genau. Wir fahren weiter. Genau. Hast recht. Wir wollen nicht, dass die uns verfolgen. Na, das war schon ein schönes Bild. Uh, was ist das denn? Oh, das war bestimmt ziemlich verwackelt. Ah, Mann. Jetzt fotografiere ich aber wirklich alles, was mir vor die Linse kommt. Aber warum auch nicht? Darf das Headquarter mal nicht wählerisch sein? Immerhin bin ich fleißig. Das ist doch auch was. So, James. Jetzt kannst du mal ein bisschen Gas geben. Ist doch hier keine Tiere in der Nähe und freie Fahrt. Uh, da ist wieder ein Zebra. Aber das brauche ich nicht. Ah, sehr schön. Da sind sie ja. Komm, komm, komm. Vielleicht noch ein bisschen näher. Ah, super. Da hält er von alleine an. Ähm. Okay. Ich werde mich jetzt hier zu dem Gebüsch begeben. Und da werde ich einfach ausharren. Oh, da ist eine. Aha. Ja, das ist doch eigentlich mal ein schönes Motiv, oder? Da kriege ich mir ein Stückchen vor. Das wird doch ein bisschen zu viel geäst hier. So, müsste es doch... Ah. Oh, oh, oh. Da kommen sie. Ja. So, natürlich mit dem Rücken zu mir. Warum auch nicht? Mhm. Das ist jetzt nicht wirklich eine Herde, ne? Thompson Gazelle, wenn ich das so richtig sehe. Hui. Was war das denn? Hallo. Na, warum nicht mal im Galopp? Na, habt ihr Durst? Jetzt kommt schon. Es ist so heiß. Die Sonne steht voll hoch über euch. Hm, mein Kopf geht durch eine Baumkrone. Als sei sie nicht da. Naja. Ja. Ah, das kann dauern. Das kann dauern. Doch. Die sehen durstig aus. Und wie durstig die aussehen. Ich darf mich jetzt nur nicht zu schnell bewegen. Na, schon sehr grazil und anmutig, würde ich sagen. Oh, da kreuzen sich die Wege. Ah, das war doch mal ein schönes Bild. Kommt, jetzt habt ihr doch Durst, oder? Oh, ihr seht so durstig aus. Wow. Das sieht schön aus. Wow. Ja, wenn man das Steuer, äh, also das, das, äh, Pad, ähm, nicht wahr, senkrecht, beziehungsweise waagerecht hält, so verändert sich dann auch die Kameraposition. Also, als ob man die Kamera wirklich in der Hand hat. Das finde ich echt, äh, eine ganz, ganz nette Sache. Oh, ihr habt euch so wenig Durst. Guck mal, die Thompson-Gazellen da hinten, die machen's richtig. Die trinken schon. Die frisst nur. Äh. Hallo. Wow. Irgendwie doch schon sehr beeindruckend, ne? Super. Ein paar Schnappschüsse. Hör mal, was ist denn eigentlich mit dem da hinten los? Wieso hat der denn überhaupt gar keinen, gar keine Ambition? Ja, wackelst du mit dem Ohr. Ich möchte, dass du trinkst. Hm. Soll ich mich ein bisschen entfernen? Ah. Na, na, super. Jetzt hab ich sie verschreckt. Ah. Eine Herde, na. Es sind fünf. Ob fünf reichen? Ich glaube nicht. Naja, aber ein Foto kann man eigentlich mal machen, oder? Aber hinten noch ein schönes Zebra drauf. Hier so. Ach, Leute. Das ist ja unfair. Ich dachte schon, warum die mich die ganze Zeit so anstarrt. So, mal gucken, wie weit ich mich hier überhaupt fortbewegen kann. Oh, Moment mal. Was ist denn das da? Habt ihr diesen Piepmatz irgendwie gehört? Oh, was ist das? Sehr gut. Oh, Birdie, wo bist du? Du hast so gerade schön so... Zwitschermäßig warst du unterwegs. Da war er. Na ja, hoffentlich hat's gereicht. Hör, was ist das? Ah, ich glaub, den hatte ich schon. Genau wie diesen da hinten. Ah, das ist eine Thompson-Gazelle. Okay. Wow, was ist das denn für ein Riesenvogel? Das war auf jeden Fall ein gigantischer Schatten. Oh! Nein, ach, es tut mir so leid. Giraffe. Giraffe, du bist so ein schreckhaftes Wesen. Toll. Jetzt hab ich's ja echt verjagt. Na ja, gut. Also, sie werden auf jeden Fall so durchs Wasser kommen. So, macht mal ein bisschen hier Platz, den Giraffen. Genau, haut ab. Das ist mein Gebüsch. So, hier werde ich mich jetzt hin verpflanzen. Und nicht gesehen werden. Und die da hinten, die kommt jetzt gleich und trinkt. Und wenn ich hier warten muss, bis die Sonne untergeht. Die haben noch nicht getrunken und haben Durst. Eindeutig. So, ich knie mich mal hin. Ja, also mit der Vergrößerung, das müsste doch hinhauen, oder? Oh, wir haben hier fiese Blätter drauf. Da hinten kommt doch eine. Die sieht doch aus, als würde die trinken wollen. Ich muss mich aber ein bisschen besser postieren. Weil wenn dies wirklich ist, werde ich mich, glaube ich, hier schön hocken. Und warte ab. Ja. Ist jetzt nicht so super nah, aber irgendwie glaube ich, dass das das beste Versteck ist, was ich bekommen kann. Gut, ich glaube, ich mache hier mal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns wieder, wenn die Giraffe aufgetaucht ist. So, Leute. Da ist sie. Sie ist ganz nah. Und ich hoffe, dass ich die Thompson-Gazille da nicht erschrecke. Und die nicht die Giraffe erschreckt. Ja, sie setzt gleich an, glaube ich. Ui, 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 ui. Spannend. Nicht wegdrehen, hallo. Aha. Genau, guckst du an, das Wasser. Sehr gut. Das erhöht meine Chance natürlich ungemein. Ach, kommt. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ah. Oder wolltest du dich einfach nur in Position bringen? Ja, ja. Schüttel dich, schüttel dich. Jetzt stehst du aber wirklich zentral. Danke. So, noch einen Hochkant. Das ist doch auch toll. Was bist du denn für eine? Hehehe. Ach, neugieriges kleines Vieh. So, und hier vielleicht noch für den besonders großen Durst. Zwei zum Preis von einer. Super. Jetzt kann ich nochmal versuchen, ein bisschen näher zu kommen. Jetzt habe ich ja eh mein Foto, was ich wollte. Du wirst mir doch nichts tun, oder? Tja, Leute. Ich glaube, das war noch erfolgreich, oder? Nicht ganz so nah, aber immerhin. So, nochmal einen schönen von der Seite. Und so, auch nochmal. Ja, wunderbar. So, das genug habe ich schon, da hinten. Und ich würde sagen, packen wir unsere Sachen und hauen ab. Hui, nein. Was ist das? Nein, nein, mein Film ist voll. Uah. Oh, mein Film ist voll. Moment. Was kann ich machen? Ich muss ganz schnell Fotos löschen. Mann, jetzt geht es hier gerade aber auch ab. So, was haben wir denn hier? Ah, okay, okay. Die brauche ich noch. Ähm. Ach, da unten sind die Hippo-Bilder noch, ne? Genau. Was ist denn das hier? Das brauche ich nicht mehr, genau. Ähm. Wie, wie, wie? Kann ich die denn löschen? Ah, genau. Hier lösche ich die. Ah, klar. Delete. Yes. Wir müssen ein bisschen Platz machen, weil ich muss zumindest noch irgendwie ein, zwei Fotos machen. Was ist das? Ach, das ist... Ja, das sind diese Geier. Die schicke ich trotzdem noch mal ab. Vielleicht sind das ja andere. Was war das jetzt hier noch? Ja, hier, das können wir noch mal löschen, oder? Davon haben wir jetzt schon so viele. Machen wir mal. So. Das hier. Ach, das war so hübsch. Und das. Ah. Sieht mal direkt so viele hintereinander schießen, ne? Das ist schon ein bisschen... Ah, hier, das können wir auch mal löschen. So, das muss reichen. Vogel, wo bist du? Da bist du. Ah, so. Jetzt habe ich euch auf jeden Fall drauf. Und wie nah oder fern sind die Zebras? Okay, die hauen ab. Das ist sehr gut. Ah, schade. Da hätte ich fast ein wütendes Zebra fotografieren können. Hm, 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 hm. Das wäre es doch gewesen. So, sonst noch irgendwas? Nein. Okay, ich haue ab. Ah, sehr erfolgreich, würde ich sagen. So, James. Und wie war es für dich hier so? Und zum Basecamp? Sollen wir? Wir sollen, oder? Ich würde sagen, ja, absolut. Mal gucken. Vielleicht können wir ja auch Glück und Sehen noch irgendwie ein, zwei Tiere, die wir noch nicht hatten, unterwegs. Wäre ja nicht verkehrt. Das wäre ja nicht verkehrt. Genau, jetzt fahren wir hier runter und auf der anderen Seite wieder hoch. Ah. So, schön. So, wie eine Halfpipe. So, wie eine Halfpipe. So, wie eine Halfpipe. Ach ja, Home sweet home. So, wie eine Halfpipe. So, wie eine Halfpipe. Oh, oh, oh. Oh, ich habe was gesehen. Ich habe was gesehen. Da. Hallo, mein Freund. Ah, scheint es ja gar nicht so schreckhaft zu sein. Super. Klack. Ein Foto reicht. So, schnell verdientes Geld, würde ich sagen. Äh. Da fährt er jetzt rein, wahrscheinlich, ne? Ich meine, die paar Schritte hätte ich natürlich auch zu Fuß gehen können, aber was soll's. So, super. Ja, vielen Dank, James. Du warst wieder ein perfekter Guide. Aber super. Wirklich. Toll. Ja, das stimmt, ne? Das sind wirklich einzigartige Bewegungen und einzigartiges Verhalten der Tiere. Und es gibt unendliche Fotomöglichkeiten. So, dann werden wir jetzt mal ganz schnell unsere Fotos hochladen. Auf unseren Rechner hier. Schwupp. Ich glaube, das macht er automatisch, oder? Ja. Ach so. Ja, genau. Transparenter Fotos, ja. Sehr gut. Super. Jetzt haben wir wieder Platz dafür, äh, für neue. Und, ähm, dann können wir auch direkt eigentlich mal, äh, ja, unsere Auftrag abgeben. So, und zwar, äh, hier, hier, reply, genau, die Giraffe, was schicken wir denen jetzt für ein Foto? Also, ich würde sagen, äh, nee, das sieht doch ganz schön aus, oder? Aber irgendwie so ein bisschen unscharf. Ah ja, ich brauche, äh, ja, ich brauche, ich brauche eine bessere Kamera. Ja, ich brauche eine bessere Kamera. Ja, das ist gut. Das muss reichen. Ich bin mal gespannt. Oh, nein. Ui, ein C-Rang. 15.500. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hey, 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 hey. Das war nicht so gut, ne? Schade. Naja. Okay. Ich werde mich mehr anstrengen beim nächsten Foto. So, die werden wir jetzt auch nochmal schnell annehmen. Genau. Mission accepted. Und, äh, da können wir jetzt noch ein paar Tiere hinschicken, ne? Wir haben nämlich diesen Affen hier. Ah, schön, exzellent, marvellous, marvellous, marvellous. Super. Genau, Monkey Adult. Jetzt habe ich natürlich leider wieder nicht gelesen, was für ein Monkey das war. Aber wir können es später immer noch nachgucken. Denn die Tiere werden ja dokumentiert. So, dann haben wir noch hier diesen, diese Vögel. Ah, super. Super. Oh, Distance auch gut. Okay. Okay, an der Technik müssen wir noch arbeiten. Der Superb Starling. Schön. Ein Spatz ist das, glaube ich, oder? Ähm, so. Oder ein Sperling vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich werde das mal nachschlagen. So, dann haben wir noch ein Hippo. Genau. Das ist doch super. Ah, gut, gut. Uh, wieso 6000? Ein Toppie. Was denn? Ein Toppie. Ah, Moment. Ah, okay. Das wird sich jetzt herausstellen, weil ich glaube, dieses Toppie, das haben wir auch einzeln fotografiert. Und zwar hier. Das ist nämlich ein Toppie. Ja, genau. Deshalb haben wir jetzt kein Geld mehr dafür bekommen. Weil eben dieses Tier schon auf dem Foto mit dem Hippo vertreten war. So, war das etwa der gleiche? Das war bestimmt der gleiche, oder? Ja. Auch. Okay. Ich glaube, das war's. Das haben wir angenommen. Jawohl. Sollen wir das mal probieren, einfach abzugeben? Ich meine, ich habe ja so ein bisschen so eine kleine Herde. Habe ich ja theoretisch fotografiert, ne? Wo war das nochmal? Hier. Ach, guck mal. Top 5. Ist ja fast. Einige Dutzende. Uh, das hat gereicht. Schön. Uh, Bad. Na. Und wie viel bekomme ich? Aber immerhin 6.600. Super. Hauptsache abgeschlossen. Hm. Das war doch mal ein erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Und, Leute. Bevor wir ins Bett gehen und den nächsten Tag, äh, einstimmen. Ähm, Moment, reden wir nochmal ganz kurz mit Anna. Hallo, Anna? Oh, wo bist du? Oh. Ah, da ist sie ja. Super. Jammu Navi can store up to 200 photographs. Okay. Alles klar. Probieren wir. Ähm, das werde ich auch machen bis zum nächsten Teil, dass ihr das nicht mit angucken müsst, denn, ne? Ich werde einfach eine leere Kamera vorbereiten. Also, bis dahin. Euer Smurlog. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.